Leder. Oh lolololol. Du kriegst das recht nicht hin. So. Ich fahr schon genauso weit wie du, also. Wirklich? Mhm. Woher weißt du, wo ich war? Stalker. Tja. Hey, du rennst hier mit der Kamera rum? Ja. Ist auch ganz schön schwer mit so einer Kamera zu springen. Alter. Uncool. Wenn du nicht aus... Wenn du nicht aus dem Weg gehst... Geh. Spring. Du doch. Spring. Genius. Oh, war das knapp. Alter. Ähm. Okay. Nein, ich will hier nicht drunter fallen. Hallo. Aaaaaaah. Du. Ah du. Du. Tinnitus. Da hab ich direkt Tinnitus draufgekommen ey. Ist ja geil. So macht das doch Spaß. Voll zackert. Also. So. Wie partein. Ehhh... Wie partein. Wie partein. Bis dahin. Wie partein. Wie partein. Wie partein. Wie partein. Was ist das? Was ist das für ein Leg? Da ist jemand wütend. Einfach ganz ruhig, ganz ruhig. Und alle Zeit der Welt. Wir haben erst halb vier. Nicht chatten. Hm? Hm? Genius? Mhm. Press the button for open piston door. Hä? Ich komm mal eben wieder hoch. Mach mal auf. Mach mal auf. Was hast du gemacht? Oh lol lol. Mach mal auf. Lauf. Mach auf. Lauf. Meine Fress immer rauf. Lauf. Warum? Lauf einfach. Das ist TNT. Du was? Das TNT. Ja, aber nicht überall. Oh, geschafft. Oh. 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 Holy crap. Der Maphersteller wieder voll genius. Hier ist ein bisschen was kaputt gegangen. Ein bisschen? Also vom Sicherheitsraum. For your friend. Hier ist sogar dein Minecraft weg. Also wenn du noch eins hast, hol's ein. Äh, bring's mit. Ne, ich hab keins mehr. Ich bin ja ein paar mal in die Lava gefallen. Okay. Hm. Minecraft. Minecraft. Ja, der Maphersteller ist echt genius. Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Äh, genius? Da war ein Gang. Nach unten. Das du mir zugemacht hast. Den du mir zugemacht hast da. Den musst du benutzen. Ja. Euler. Na denn? Mal wieder ein bisschen aufräumen hier. Lol, ich kann aus der Map gucken. Weil hier alles voll hier rausgesprengt wurde. Decke und so. Genius. Scheiße. Warte. Okay. Äh. Ich komm danach. Hm. Oh. Ähm. Soll das so? Hä? Was geht jetzt? Hä? Lol. Äh. Ich häng hier? Äh. Da steht irgendwas. Maaah. Made. Mate. In China. Da ist eigentlich gerade einiges. Was, das Ende gerade? Äh. Äh. Das hab ich jetzt nicht so ganz verstanden. Äh. Ich nehme an, das war das Ende. Ich glaub auch. Da stand Mate und bei dir anscheinend sollte Bye stehen. Und am Ende waren deren Namen. Ja. 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 Interessantes Ende. Äh. Das war überhaupt nix. Puh. Das will ich jetzt sehen. Ahja. Einfach alles in die Luft sprengen. Puh. Okay. Hä? Nee, das kann nicht alles gewesen sein. Natürlich. Made by. Aber. Oh. Wir sind rausgekommen. Indem wir explodieren. Äh. Wo bist denn du? Jetzt am Ende. Ich bin da hingekommen. Bist du da hingekommen? Achso. Also hier ist nichts mehr. Hier ist wirklich alles. Alles explodiert. Ja, aber. Zum Beispiel der Turm hier direkt am Anfang. Da waren wir ja zum Beispiel gar nicht. Turm direkt am Anfang. Äh. Bist du da gerade? Ja. Gut. Das jetzt. Hä? Stimmt. Und hier das Gefängnis. Das haben die so. Das sind Schneegolems. Hallo Schneegolem. Vielleicht haben die hier nur so scheiße ausprobiert. Einfach so. Hm. Ich probier scheiße aus und mach sie nicht weg. Aber da kann man auch nur stumpf hochklettern. Ohne irgendwas. Und ist dann hier oben. Auf nem Pilz irgendwas. Waren wir in dem riesen Gebäude da hinten? Ja. Das ist der Anfang. Achso. Das da meinst du? Ja. Das ist ja die... Der ganze Weg. Achja. Achso. Ja. Ich hatte keine Ahnung. Bin da hingeportet. Jumphalle. Achso. Hier sind wir. Ähm. Ja. Okay. Also komische Map. Weiß nicht. Teilweise war sie ganz... Insgesamt... Insgesamt ziemlich cool. Ja. Bisschen buggy. Und das Ende ist ein bisschen scheiße. Das ist richtig scheiße. Ja. Also die Idee an sich. Ja. Kann ich verstehen. Aber schlecht umgesetzt. Gott sieht das aus. Ja das stimmt. Echt coole Ideen drin gehabt. Wie mit dem Wasser richtig Richtung zu Ende. Kurz vor dem Ende. Aber auch ziemlich wenig. Naja ich hab das Gefühl die haben das gar nicht getestet. Weil auch am Ende die ganzen Explosionsdinge hab ich ja eben erzählt. Doch. Getestet haben sie es aber sie haben halt nur den... Nee. Nur den Working Case getestet. Also das was wirklich auch funktioniert. Hammer. Hm. Jetzt konnte man gar nichts in die Luft jagen. Also ich bin dafür dass wir nächstes Mal wieder eher so eine Story Map... hm. Du suchst die Maps aus also. Ja ich weiß es natürlich vorher auch nicht. Ich dachte Breakout ja. Wird vielleicht eine kleine Story sein. Wie man ausbricht. War jetzt. Find the key. Ende. Find the key. Jermals. Oh no no. My Kitty Phil fällt out of the world. Ja gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bedanken wir uns fürs Zuschauen. Und schaltet auch in der nächsten Folge wieder. Nee ich bedanke mich nicht. Du kannst hier nicht einfach so für alle sprechen. Ja ähm naja schaut in der nächsten Folge wieder rein ne. Tschö. Tschö. Tschö.